Oh je. Ist auch gestorben. Schlecht. Sie haben alle radioaktiv verstrahlten Personen dekontaminiert. Leute, das kann es doch nicht sein. Auf dem Weg. Fahrzeug 4, hört. Alles klar. Fahrzeug 6, hört. Wird gemacht. Es ist ja einfach nur brutal schlecht. Wir haben es einfach voll nicht drauf. Sehen wir es einfach ein. Fahrzeug 2, hört. Ja? Bin unterwegs. Ja? Ach, den kann man auch so einfach da reintragen. Das ist ja praktisch. Fahrzeug 4, hört. Ach, Notarzt. Okay, direkt an den dran. Fahrzeug 4, hört. Kein Problem. Was gibt's? Fahrzeug 7, hört. Auf dem Weg. Das ist natürlich Echtzeit. Oh Gott. Okay, der lebt noch. Das ist ja ein Erfolg für mich. Wird ausgeführt. Du hörst dich mal auf zu pfeifen. Fahrzeug 2, hört. Aber verstanden. Roger. Okay, da... Der lebt noch. Woho. Ja? Los geht's. Das ist geil. Der lebt noch. Das ist ja wirklich... Ich freue mich bei jedem Mensch, der da lebt. Na, verdammt. Okay. Unser In... Ingenieur. Ja? Kein Problem. Der läuft da einfach so mal durch. Und der hat's auch geschafft. Wird umgehend durchgeführt. Ach du Scheiße. Ach Gott. Mit dem Schalter können wir die Schleuse zum Labor öffnen. Aber zuerst brauchen wir Energie. Wir müssen den Generator... Ich gebe jetzt mal ein bisschen auf Geschwindigkeit. Na, ein bisschen langsamer kann's schon sein. Oh. In diesem Einsatzgebiet gibt es besonders viele... Okay. Polarschaktion explodiert. Juhu. Und auf geht's. Es gibt's. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Sörbe umgehend durchgeführt. Söbe umgehend durchgeführt... Söbe umgehend durchgeführt. Ja? Ich weiß schon ein bisschen, wo die jetzt stecken. Deswegen kann ich auch schon loslegen hier. Ich will jetzt nicht, dass es so übelst lange dauert. So, der THW-Wagen kann da hinten mal hin. Und das, dieses Baggerchen, ja, mehr ist das auch nicht. Das, äh, lassen wir mal schön arbeiten. Oh Gott! Ich bin auch voll egal. Okay, ich bin auch leicht, äh, scheuen für euch. Hey, sorry, nee. So, so mache ich sowas. Ich bin sehr unaufmerksam in der Hinsicht gewesen. Schon unterwegs. In Ordnung. Jawohl. Okay. Der ist fahrend. Wird ausgeführt. Da ist noch der... Herr Josef da, der, der... Vorsicht. Hier gibt es... Ach was. Du nicht gesagt. Wenn wir denen zu nahe kommen. Fahrzeug 6 hört. Schon unterwegs. Höre. Jawohl. Jawohl. Komm mit mir. Komm mit rein. Schlammung. Was gibt's? Okay. So, die haben wir... Und jetzt direkt an die Opferversorgung. Fahrzeug 6 hört. Wir haben doch hier kein Opfer. Fahrzeug 6 hört. Mist. Auf dem Weg. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 6 hört. Ja? Ach man, was soll denn das? Fahrzeug 4 hört. Kein Problem. Jens 9. Ja, die hat die... Person, Fahrzeug 7 hört. Höre. Der Weg ist Fahrzeug 7 hört. Schon unterwegs. Ach Gott, jetzt stürzt es noch schon wieder ein. Diese Animation dauert mir eindrücklich so lange. Also... Das geht... Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 6 hört. Okay, jetzt haben wir aber einen Rhythmus. Wir tun den durchgeführt. Schon unterwegs. Fahrzeug 3 hört. Fahrzeug 3 hört. Auf dem Weg. Ja? Was gibt's? Wird gemacht. Der lebt jetzt noch. Der lebt jetzt noch. Das ist gut. Ja? Und dann können wir schnell unten helfen. Wird ausgeführt. Fahrzeug 6 hört. Der lebt hier nicht. Der lebt ganz gefährlich hier. Höre. Okay, der lebt sogar auch noch. Das ist doch perfekt. Ist in Arbeit. Fahrzeug 7 hört. Fahrzeug 6 hört. Sofort. Was gibt's? Wird umgehen. So, auch wenn... ...wir jetzt hier ein bisschen sparsam sind... ...mit den... ...Notärzten oder Waren... ...was gibt's? Roger. Ich handel jetzt mal ein bisschen schneller. Wie hiermit. Damit wir jetzt keine Fehler machen. Fahrzeug 6 hört. Ist in Arbeit. Ach ja, das müssen wir gleich wegmachen. Genau, für die, ähm... ...für den... ...ähm... ...Klempner hier, für den Ingenieur. Ingenieur. Hä? Was soll das denn? Da ist gerade keine Interaktion verfügbar. Ich bin unterwegs. Over and out. Höre. Ist in Arbeit. Oh. Na, das sind natürlich... ...richtig toll. Wenn man einfach die Patienten nicht wegbringt. Auf dem Weg. Ja? Auf dem Weg. Ja? Ja? Schon unterwegs. Ist in Arbeit. Jawoll. So, ich... ...hoffe jetzt mal, dass hier niemand verreckt. Fahrzeug 6 hört. Ja? Mitgemacht. Und jetzt schnell den holen. Fahrzeug 6 hört. Weil der stirbt am schnellsten. Bin ich meiner... Bin ich der Meinung. Ja? Schon unterwegs. Wer ist unterwegs? Sie haben alle radioaktiv verstrahlte Personen dekontaminiert. Ja, das gefällt mir. Gut gemacht. Gut gemacht. Höre. Los geht's. Ja, der wird da... ...gerade schon abtransportiert. Fahrzeug 7 hört. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Ich muss immer so lange fahren, bis ich da irgendwas... ...weck... ...weckkriege. Fahrzeug 6 hört. Dick und Scheiße, das könnt ihr euch in den Arsch stecken, oder? Radioaktiv verseuchte Scheiße. Fahrzeug 6 hört. Und jetzt superfort. Okay, der lebt hoffentlich noch. Fahrzeug 2 hört. Ich hätte zwar mit zwei Nullwessen hingekriegt. Wir gehen durchgeführt. Wehen unterwegs. Fahrzeug 1 hört. Auf dem Weg. Er lebt noch. Zwar nicht wirklich, aber er lebt. Das ist die Hauptsache. ...? Und jetzt... Vielen Dank.